Das ist recht überraschend unbürokratisch gesehen. Also in erster Linie brauchen Sie natürlich eine gute Idee. Also das Gassli Filmfestival ist das Kurzfilmfestival, weil findet genau da statt, Linwand steht da hinten. Mit erst, wenn alles klar ist, machen wir das Verfahren. Die Veranstalter können auch mit einer potentiellen Idee zu uns kommen. Wir können ihnen sagen, was jetzt noch fehlt. Dort ist ebenfalls wichtig, dass wir sich früh genug bei uns melden, weil die Nachfolgs sehr gross ist. Sie erreichen uns eigentlich hauptsächlich über die Tiefbauamtseite. Auf der Webseite konnte man ein Formular ausfüllen. Dort wurde eigentlich recht gut durchgeführt. Es ging etwa eine halbe Stunde. Man musste verschiedene Punkte ausfüllen, wie erwartete Besucherzahlen, Wärmbelästigung, was man alles aufstellen will. Selbstständlich stehen wir auch jederzeit telefonisch zur Verfügung. Wir brauchen etwa eine Vorlaufzeit von drei Monaten vor dem Veranstaltungsdatum. Ich hoffe, ich sehe dich. Ich hoffe, ich sehe dich. Ich hoffe, ich sehe dich. Ich hoffe, ich sehe dich.